Schlau-Straub Ähm, wie geht das? Alter, wie geil! Niklas, brauchst du Gott Hilfe? Oh, der hat Waffen! Ich brauch keine Hilfe mehr! Was? 10.000 will der? Ist der? Wollt ihr mal fliegen? Äh, äh, ja, Komma, hört sich gut an. Niklas Bock zu fliegen? Warum, ja. Cool. Okay, ich hab doch nichts anderes fürs Taxi. Wo bist du? Fahrschule. Was war, wie zu fliegen? Ja, ich komm da hin mit meinem Auto. Oh. Hm. Führerschein. Slash Help. Wie kann ich hier Slash Fahrschule? Schule. Schu... Schu... vorab zu liefern Autoschein 65 Slash Motor ich kenne die Strecke mittlerweile fast auswendig fliegen hat sich geändert ja eben dann gegeben jetzt zu wie heißt es um älke töntster Fahrschule und warten Gott auf dich okay okay wer ist das Partysch die 88 Partysch die 88 okay ich kenne sie ja was er ja ist ein Abonnent alle Abonnent es ist so geil da ist es geil das war ich an der Stadt alle los geht's PS steig nicht vom Fahrzeug aus das kenne ich auch von anderen Servern das ist eigentlich nicht von RPG CD aber von anderen bist du Fahrprüfung und dann kontrolliere dich jetzt FBI die Eifel weiter der zieht das auf dich Alter kennst du das Alter der zieht auf was wenn du Fahrprüfung macht nur wirst von der Polizei kontrolliert das ist auf anderen Servern so äh ne kenne ich nicht also nicht auf RPG CD Vorsicht da auf alle ja ich hab mir eine Wadabana gekauft ich bin nicht mehr blöd also ungefähr in jeder Aufnahme mache ich einfach die Fahrprüfung ich muss mal besser fahren aber jetzt hab ich ja immer da waren also wenn das kann mir gar nichts mehr passieren und und aneben ist ich war ich weiß nicht ob das noch mal war 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 mir da aufgenommen wo das war im Knast waren wo wir reingekommen sind das haben wir nicht aufgenommen wie bist du eingekommen ich hab Leute getötet vermutlich ja wir haben Leute getötet damit wir zur Polizei hallo so so hallo nein ich hab keine Leute getötet ich hab einen Polizisten überfahren ja was weiß ich irgendwas war da und dann hat er mir sechs Wunders geben die Sau verständlich wenn du dich einfach überfährst und dann wurdest du festgenommen und damit ich zu den Polen hin gerannt hallo hallo ich will auch was genommen werden ich hab auch Wunders weil ich die Felder war ich weniger bekommen ich hab die Osten überfahren weil der im Weg gerannt ist hat er mir Wunders gegen Flucht gegeben ich hab nicht mehr gemerkt dass ich ihn überfahren habe und da bin ich halt natürlich weitergefahren ok die Leute die auf dem Server nutzen ihre Keeper einen dazu hofft warum keine Ahnung vor allem wie schnell das einfach nur ging die Feuerwehr hat versagt ha ha Bauern fahren sorry was das gemacht ich hab den Busfahrer angefahren will er boxen noch kurz also ich bin da er hat er was er hat kann das Auto geholt hey hey und manche Menschen einfach nur die Fahne mit Fahrschulautor an aber er hat mich angewandt nein das ist für mich ein Verstand Verstappen Vater der Fahrstuhlucke hier ist Kollege Loll Läger hat er ernst macht er entführte mich ich bin Drucker du bist kein früher Fahrlehrer schlisch schluss 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 aufweselte bei ihr ist besser in den auch er hat viele entfesselt er singt die groß zu erledigen wird auch für in die welche Faktion fährt mit NS und mit in der Regierung er ist aber nicht so sagen weil ich denke mal mehrere das Kulturer er hat und laut die wohl bei uns stehende Stadt wann kommt ihr denn jetzt gleich da ist noch ein aber einfach mit der tärbe mit autogeschlichen deswegen ja schreibt da manchmal deswegen dort sind kaum fahr ich glaube an dich 20.000 der fälle hat nur noch 68 hp so bist du noch fahrschule ja gut hier ist so ein penner mit einer wolle obitzen fährst du fachsund autos der ist war groß ist gelb war groß ich glaube schon was ist war groß da haben wir schon was gedacht warum ist das ein penner so jetzt hier da ich will weg denken kann aktiviert wir sind da wo seid ihr an der straße ah hier seid ihr ich glaube ich sehe euch hier steht irgendwas ehrweg bist du mit der weg im auto ja also jetzt wird einsteigen oder was ja mit entter weist nehmt geht auf das lausende nicht hey kröpfen geheißen hat er gerade auch gemacht ist egal warum fesselt der uns ich bin wieder entfesselt ich nicht mit 200 weggefliegen das hört sich nicht so gut an wie du ach das ist bestimmt lustig was das hat sich gerade schön angehört ich bin unschuldig ich bin unschuldig ich bin unschuldig siehste wir holen uns einen heli oh das ist bei dir steck noch hier auf jeden Fall er weiß es ist die Welt an und war nur für die BIA 0 was macht der kaputt nix wir machen ein Schiff äh Sternchen Heulsternchen ich finde das hier unfair es ist leicht schon dass ich nicht meine Kamera bewegen kann oh ja ich habe meine Kamera bewegen ich habe die Macht fuck warum schießt der hier drum der hat wohl so eine Monie oder was was ich nicht die gewünschte Töten und aussteigen für er hat bis jetzt Proof nicht die Fahrer entdehlen Lippenbruch die Rennen Prozent